Pfff, 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 Pfff. Kann das sein, das kann ich nicht von den Riesner an kann? Bineos. Hallöchen, Boop, nein, 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 hallo schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zu dem Kanal, äh, wo Qualität und eine geile Voice sich harmonisch umschmiegen und Faggots und Hater sich gleichermaßen die Hand geben, da zeigt Ben, dass Niveau in Ästhetik und Jugendsprache verknüpft werden kann. Finde ich geil. Bei anderen YouTubern reißt mir immer gediegen die Sacknaht, so lame wie die Witze dort kommen, aber bei Ben fühle ich mich intellektuell stimuliert und auf feinster Weise unterhalten. Hashtag bester Mann. Und diese Anmoderation, die garantiert nicht von mir selber stammt, äh, und auch überhaupt gar nicht erbärmlich ist, begrüße ich dich, äh, hier zum Let's Play. Und wir wissen genau, was jetzt passiert. In der letzten Episode war es nämlich so, dass wir hier krass, äh, beschossen wurden. Und deswegen... Du Schlingel, du Kleiner, was du bist. Geh mal nach Hause, Junge, automatische Kante... Puh-puhhhh! Hui-hu-hui-huih! Vielleicht hätt ich auch einfach gleich die Leiter nehmen sollen. Wäre vielleicht der richtige Weg gewesen. Dann hätt ich eh auch nicht mein Oberschenkel verloren bei... Uuuhhhh... Super! Nein, runter, runter. Oh, ich bin so behindert. Ah! Fängt ja schon mal gut an. Kennst du das Geräusch? Das ist Kopftisch. Und zwar vom Feinsten. Ja. Ja, ich weiß ja nicht. Ich, ähm, vielleicht war das doch gar nicht so. Wie habe ich denn das überhaupt geschafft? Die eine, halt mal, ich muss jetzt warte mal, wie? Der Aufzug, da ist der Aufzug. Und zwar ist da eine Handgranate, die schmeiße ich jetzt da rein und da ist, oh scheiße. Da, vielleicht kann ich jetzt, da kommt schon, da kommt schon. Fick. Das. Okay. Okay, wir reißen uns jetzt zusammen. Hast du gehört? Wir reißen uns jetzt zusammen. Und zwar, sollte das so wackeln? Ich bin mir gar nicht so sicher. Muss mal gucken, nicht, dass sie kaputt ist. Hat Schweinegeld gekostet, das Drecksting. Okay, also wir nehmen erstmal hier eine Granate. Die schmeiße ich da drüber, so hier. So, Handgranate, Handgranate. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt sollte, jetzt muss ich noch auf die Lasergesocks da oben achten. Oh Gott. Muss ich auf den Lasergesocks achten und wieder so eine Mission Impossible Sneaky Peaky Action machen. Und diesmal laufe ich nicht wieder zurück und werde dann getötet, sondern diesmal ziehen wir es komplett durch, oder? Natürlich. Wir müssen immer noch zum Lambda-Komplex und aus unerfindlichen Gründen eine Rakete in die... Das ist eigentlich viel zu knapp. Okay. Ähm, warte mal. Wir sind da rüber gesprungen, haben uns da drunter durchgeschlichen und da hätten wir dann einfach... Was wollte ich denn eigentlich? Ach, ich bin einfach da hingegangen, weil ich dumm bin. Ha! Ja, okay. Ich versuche das so maskulin wie möglich durchzuziehen, Leute. Ha! Ist klar, ne? So. Na gut, okay, weiter geht's. Ich gehe diesmal nicht zurück. Ich habe Gesundheit und jetzt werde ich in einen Hinterhalt geraten und einfach zenten Stücke geschossen. Dürfte klar sein. Irgendwas Verrücktes passiert. Weil einfach immer irgendwas Verrücktes passiert. Warum werde ich eigentlich nie von Headcrabs übernommen? Ich meine, das wäre bestimmt cool, als Zombie zu spielen. So als Melee-Zombie mit Klauen und Hacken und so. Ich wäre, glaube ich, der unaufhaltbare Zombie in diesem Spiel mit meinem Anzug. Ja, you know, say. Ach, halt! Ich muss das Ding mitnehmen. Mit dem Ding muss ich fahren. Das ist... Scheiße. Seriously. Jetzt muss ich wieder durch den Ladebildschirm. Ich bin aber... Oh, nee, warte mal. Ich komme wieder zurück. Haben mitgedacht. Sie haben mitgedacht. Na gut. Okay, wenn... Also der zielt nach da und der zielt nach da. Wieso sind denn jetzt auf einmal die ganzen Laserdinger weg? Es gibt nur noch ein Laserding. Oh, 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 oh! Alter! Was ist hier los? Warum? Warum? Was? Was ist da gerade passiert, Leute? Warte mal, kann ich hier vielleicht... Hier gar nicht doch bestimmt... Guck mal! Ah, das funktioniert hervorragend. So, was hat mich jetzt gesehen? Ernsthaft. Dieses Ding da hinten, das muss weg. So. Oh, friss das. Mach's gut. Oh, das tut mal... Oh, 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 oh. Hier, hier habe ich es doch. Guck mal, hier ist ja auch ein Laser angegangen. Aber ich kann nicht... Ach, hier, guck mal. Was ist das? Wie hinterhältig ist das denn? Oh, tut mir leid. Bist du etwa kaputt gegangen? Oh, wie schrecklich für dich. Das muss echt betroffen machen, ein Leben als Sentry Gun zu fristen. Guck, wie das funktioniert. Und ich werde jetzt nicht da durchfahren, wie man wie der ein oder andere jetzt denken möge, sondern ich werde vorher abbremsen und einfach halt machen. Und dann werde ich jetzt hier außenrum sneaken und hier drunter durchgehen. Und was auch immer für ein Teufelswerk hier am Werk ist, es kann mich einfach mal gedieten. Du Spiel, ich hasse dich. Zeit für eine kleine Challenge. Der Feigling. Eigentlich brauchst du nicht groß dich zum Schauspielern stellen. Pedro Pinto möchte, dass du vor jeder Situation flüchtest und einfach der größte Angsthase in dieser Welt bist. Aber ich muss doch... Ich wollte doch eigentlich dieses... Oh Gott, das ist viel zu schrecklich. Guck sie dir an, wie sehr... Die guckt mich an. Ich kann nicht vorbei. Die Sentry Gun ist einfach viel zu... Explosionsdinger. Ich muss von ganz hier hinten und zwar aus der sichersten Entfernung hier um die Ecke sneaken und um die Ecke schielen und einfach... Mami, 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 Mami. Ah, okay. Oh, da ist wieder diese Sentry Gun. Ich muss weg. Die ist viel zu schrecklich. Kennt ihr das, wenn ihr morgen aufwacht und er hat dann... Oh mein Gott, du bist so schrecklich, Sentry Gun. Beschütze mich. Beschütze mich. Beschütze mich. Beschütze mich. Beschütze mich. Ich habe so Angst. Ich lasse einfach andere für mich kämpfen. Hallo. Hallo. Guck mal. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin getroffen worden. Oh, wie schrecklich ist das denn? Mami? Mein Anzug hat einen Kratzer. Hallo? Seid ihr noch hier? Nein, seid ihr nicht? Ist sie leer geschossen? Ist sie kaputt? Ja, ich glaube sie... Oh, du schießt so schrecklich aus. Guck lieber vor die Wand nicht, dass du doch noch aktiv bist und mir in den Rücken schießt. Oh mein Gott, das ist alles viel zu schrecklich hier. Und woher kommt diese Musik her? Diese unheilsverkündende, schreckliche Endgegner-Musik. Hätte ich nicht so viel Angst, würde ich euch sagen, dass man erkennt, dass die Challenges jetzt länger gehen als sonst. Ich habe nämlich die Dauer ein bisschen erhöht. Aber ich bin viel zu ängstlich, um das zu erwähnen. Beschütze mich. Euro-Palette. Mami? Hallo? Ich bin unsichtbar. Ich bin nur eine Palette. Ich stehe nur im Raum. Guckst du? Palette? Alles Paletti? Mit der Palette? Ja. Okay. Ich habe den Weg blockiert. Man kann nicht um die Ecke schielen und mir in den Rücken fallen. Du bist viel zu schrecklich. Ich stelle dich lieber raus nicht, dass ich über dich stolper. Ich habe viel zu viel Angst vor dir. What's that sound? What's that sound? Da wird gerade, da ist gerade vortanzen, oder? Beim Ballet, in der Ballettschule. Alter, was geht hier ab? Ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn der Kampf aufhört. Das heißt, eine Partei hat verloren. Dun, 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 dun. Left. Clear. Clear. Alter. Alter. Bitte. Alter, mach doch nicht sowas. Wenn du das bei Leuten machst, dann kriegst du mal schneller eine Kugel in die Fresse, als dir lieb ist. Und mach mal die Sache mit deinem Kopf nicht. Das ist... Ist gerade sein Kopf explodiert, oder was? Ist gerade sein Kopf explodiert, oder was? What is... Kann das sein, dass gerade einer von den Marines eine Handgranate in den Raum geschmissen hat? Was geht denn ab hier? Dass er wieder der blanke Madness, der hier passiert ist. Hä? Alter, was ist los in dieser Welt? Oh, oh. Da sind sie. Gar nicht erst einmischen. Ihr macht das schon. Hören wir uns lieber die Paint Sounds an. Warum ist denn jetzt eigentlich wieder die Caption an? Ist Schreien auch eine Form des Dialoges? Ich weiß ja nicht. Weil hier ist nur Dialog only. Mach ich halt einfach ohne Captions. Ist mir auch recht. Ich will nämlich nicht die ganze Zeit gestöhnen. Granate, Granate, Ich kann nicht zurück. In die Fresse. Oh, oh. Die beschütze mich. Alter, was ist los? Warum? Warum denn? Jetzt mal im Ernst, warum spiele ich denn so schlecht? Verdiene ich es denn, so scheiße zu spielen? Das ist, weil die mich gesehen haben. Deswegen kam die angerannt. Ich lasse sie jetzt einfach mal kennen. Warte, ich mache es wie in der letzten Episode. Äh, in der letzten Session. Äh, in der letzten, im letzten, im vorletzten Leben. Und hier kommt Sneak Neos. In die Fresse genau trifft er. Was ist denn mit dem passiert? Der ist einfach geplatzt beim Laufen. Wir haben Platz beim Laufen. Okay, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingern zugehen. Ach, er hat ihn in Stücke geschossen hier, ne, du verrückter Narre. Was machst du? Bist du ein Künstler mit deiner Schrotflinte oder wie hast du das hingekriegt? Ich gehe wieder weg, bevor die eine Granate wieder reinschmeißen. Das war ja abgefahren. In der letzten, im vorletzten Leben. Ich weiß gar nicht. Ich sollte unbedingt irgendwas finden, was mich hier mal wieder ein bisschen auf Spur bringt. Ich finde diese Submachine Gun irgendwie total kacke. Um ehrlich zu... Das ist doch garantiert ein Soldier, oder? Habe ich doch hier meinen Zoom? Ah, 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 ah. Ich ziele so hier und dann in die Fresse. Jawohl, geil. Ich... Oh, nein, zurück, zurück. Ich habe meinen... Da, da ist Sniper. Headshot. Und zurück, und zurück. Oh, 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 29 HP. Okay, Junge, du musst mich jetzt beschützen. Komm schon, Bobby. Ich nenne dich. Du bist der Wachmann Bobby Thornton. Bobby, der aussieht wie komisch nach Gordon aus Batman und gerne Bäume mit einem laszilver... äh, mit Wände mit einem laszilverstörten Gesichtsausdruck anstarrt. Wo ist er? Bobby. Du musst jetzt rausgehen. Kämpfen. Komm mit, Bobby. Kommst du? Geh jetzt raus. Na, komm schon, Bobby. Geh raus. Bobby, geh raus. Bin ich jetzt vor dir tot? Bobby? Ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie, dass du die Akku kriegst. Bobby! Und los? Hey, warum? Ich habe Angst. Bobby, du musst mich beschützen. Hier gibt's... Hier hinten ist eine... Nein, hier hinten ist nichts. Nichts außer einen guten Willen. Ich brauche Gesundheit. Was ist passiert hier? Warum schießt der Sack nicht mehr auf mich? Da hinten ist er, da hinten ist er. Oh, was ist ein Cheater? Alter, was ist das für ein Cheat-Technik? Wie krass ist das denn? Oh, da hinten ist noch einer. Oh, ich bin hier Headshot-Master. Ich meine, wenn ich... Das ist ja kein Cheaten, oder? Ich zoome mit meinem Anzug. Das ist aufgrund des Anzuges. Ich meine, irgendeinen Vorteil muss ich ja auch da rausziehen. Und, ähm... Ja, ne? Wenn da schon beim Ziel ein Fahnenkreuz dabei ist. Bobby, jetzt aber. Los, Bobby. Deine Chance. Sei mal im Gruß. Komm schon. Lass alle bösen Krimetaten fallen. Did you see the animals? Ja, genau. Ich schieb dich einfach da hin. Los, los. Kämpfe. Kämpfe. Da, da, da. Töte ihn. Töte ihn. Ah, Bobby. Bobby, kämpfe. Ich hab die Akro. Alter, Bobby. Alter, Bobby. Nein, nein. Jetzt geht's mir irgendwie besser. Komm rein, du Drecksack. Komm einfach rein. Kommt einfach alle her. Ha? Ich bin der viel härtere Bobby. Ich kann ihn viel härter rausziehen, als Bobby ihn reinstecken kann. Ich bin Gordonius Fridonius in der Haut von Beneos. Äh, nee, umgekehrt. So, jetzt werde ich wieder meine Sniperino, Chikorino. Ups, nein. Ich werde jetzt erstmal auf mich aufmerksam machen. Wo bleibt denn sonst der Spaß? Okay, ich muss, ich muss vorsichtig sein. Das, äh, das ist, ähm... Ah, okay. Ganz, ganz männlich. Wir wollen das männlich durchspielen. Alter, der zieht mich natürlich. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Oh, der lebt ja immer noch, oder? Lebt er wieder, oder? Äh, 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 äh. Jawohl. Okay, okay. Ich hab alles in der Kontrolle, Leute. Uh, 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 uh. Gar nicht mal so simpel, die ganze Sache. Äh. Okay. Die Maden wollen es schwer machen, ne? Hier war nichts drin, ne? Da war ich mir ziemlich sicher. Äh, ich hab das jetzt in der Animation abgebrochen, aber ich hab trotzdem keine Munition in meinem Revolver. Das ist ja wieder typisch. Kann ich hier irgendwas trinken? Hier ist, warum sollte jemand geöffnete Dosen oder leere Dosen in den Kühlschrank stellen? Das ist keine Pfandannahmestelle. Völliger Blödsinn, das hier zu machen. Oh, da oben hätten natürlich auch tausend Leute stehen können. Gut, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Hallo. Guck mal, was die sehen können, ne? Hallo, hallo, hallo. Toll, seh ich jetzt hier niemanden? Ernsthaft? What? Was hat mich... Mann! Wie kann man... Toll. Da, da seh ich ihn doch, da seh ich ihn doch. Ah, 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 ah. Na komm schon. Oh. Nein! Oh Mann! Ich raste aus, dieses... Ich hätte speichern sollen. Ich hätte einfach speichern sollen. Manchmal bin ich auch wegen meiner eigenen Grenz-Dibilität... Sind mir Grenzen auferlegt. Ganz klar. Bei solchem Freund brauchst du keine Feinde mehr. So, genau, lass mir denen die Drecksarbeit machen. Oh, die sind gut dabei, die sind sehr gut dabei. Was auch immer reinkommt. Kriegt's, äh, aufs... Aufs F-Brett. Aufs Fressbrett. Oh, wie schade. Habe ich dich leider im Fenster gesehen, ne? Prediction Shot. Guckst du durch die Tür, kriegst du erstmal ein ganzes Pfund Schrot ab. Ist noch irgendein Hans Bumple da? Hallo? Hallo? Hans Bumple? Strafe, 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 strafe. Hier ist noch irgendwo ein... Ja, ja, ganz genau. Irgendwo hier... Kann ich haben? Nein. Irgendwo ist hier auch noch ein Headcrab, ne? Das werden wir als erstes erledigen. Und dann werde ich die Soldiers über meine... Energie? Ich bin Beneos, alias Bachmann, Bobby Thornton. Wenn ich meine Waffe schwinge, vergehen dir alles Sorgen. Kommt ihr jetzt zu mir runter, beschwungen? Nein, tut ihr nicht, ihr Feigensäcke. Ich zoom mal gediegen ins Face und zack, platzt das erste Gesicht vom Schädel. Es reißt sich im Stück. So, der nächste geht down. Ich bin Beneos. SS steht für Schmerzen. Kaboom! Welch wunderbarer Name scheint das zu sein? B... Gott, ich kann nicht reden und zocken gleichzeitig. Brain-Afka, Brain-Auslastung 100%. Wo kommt ihr denn alle her? Das ist die Frage. Ich bin hier. Schwer am zittern. Oh, wie schön... Oh. Easy. Easy. Easy kill. Easy kill. Okay, 52 HP. Der erste, der mich trifft. So weit, so gut, so weit, so gut, so weit, so gut, so weit, so gut. Jetzt ist die Frage... Okay, 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 ich trau dir ganz nach F5 speichern. Jawohl. Hallo, Leute, ich bin... Das sieht aus wie Raketen-Dings da... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein! Nein, ich möchte es nicht zur Mode machen, eine, 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 eine Episode mit dem Tod zu beenden. ist, äh, uncool. In diesem Sinne habe ich... Ich habe doch hier gespeichert. Sex ist dann real. Scheiße, Sex ist safe. Okay, Leute, wir machen jetzt noch... Was zum Henker? Es scheint da draußen romantisch zu werden. Da war noch einer. Oh, da waren noch zwei. Ah! Hell yeah, I hid him. Scheiße. Egal. Ciao, ciao. Setye batteries. It's not, it's not Setye olun down. Wooah! Untertitelung des ZDF, 2020